Mein Name ist Astrid Manz. Ich arbeite bei der Agrabis in dem Bereich Pflanzenbau-Vertriebsberatung und leite dort das Team des Innendienstes. Agrabis ist ein sehr offenes Unternehmen. Es ist ein sehr vielfältiges Unternehmen und die Aufgaben sind sehr individuell ausbaubar. Man hat so einen groben Rahmen, aber was ich dann wirklich mache, welches Thema mich begeistert, da haben wir so viele Möglichkeiten, weil wir einfach so ein breit aufgestelltes Unternehmen sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017